Hat nicht gebracht, aber dachte ich mir auch, ich habe es regelmäßig angewandt. Auch hier kommen wir zu meinem Dr. Beckmann Ball, wo diese trockene Parfümtropfen reinkommen. Meiner sieht jetzt so aus. Ich habe ihn jetzt wirklich komplett so lange benutzt, wie es ging. Aber normalerweise sind hier Noppen dran, dann ging das hier weg, dann oben fehlt die Kappe. Das ist hier der Schwamm, der dieses ganze sogenannte trockene Parfüm aufnimmt und der dreht sich dann schön mit. Sollte ich ihn wieder sehen im Handel, werde ich mir definitiv trotzdem noch einen kaufen. Ist einfach ein Verschleißprodukt, aber die Wäsche, merke ich, wird, gerade wenn man es nicht schafft, die schnell genug rauszuholen, durch diesen Knitterschutz enorm entlastend und das Wasser schneller absorbiert wird, laut Hersteller. Aber ich denke auch, das stimmt. Wer kommt, also ich wollte mich jetzt auch nicht mehr rumquälen, ist gar nicht mein Duft Rose und Vanille von Balea. Es ist selten, dass mir Balea Produkte nicht gefallen, aber es ist jetzt hier wirklich nur noch so ein Schwank drin. Und ich habe es durchgezogen, durchgehalten, ich wollte es nicht voll wegschmeißen, aber es ist einfach nicht mein Duft. Dann entleert Meister Proper, ganz normal. Hier wieder die Bambukerze von Glade, ein super schöner natürlicher Duft. Dann hier das Spray von Glade, ebenfalls Bambu für die Toilette. Dann haben wir hier noch eine Glade Kerze entleert. Das war auch so eine Anti-Tabak-Kerze, oder? Frische Brise. Entleert wurde eine Portion, danke, Granat, Apfel, Kakao, Butter von Tete Zep. Die beiden fand ich ganz gut. Das waren Badezusätze, die waren nicht zu fruchtig. Dann entleert Siel, aber auch nur mit Ach und Krach entleert. Bringt bei mir gar nichts. Also ich habe Wäschestücke teilweise über Nacht einwirken lassen, eingerubbelt, vorbehandelt und dann das erst drauf gemacht. Ich habe einfache Flecken, also einfache Flecken, wie von Bolognese, wenn mein Sohn isst und die Nudeln teilweise mehr an der Kleidung kleben als am Mund. Ich habe die Flecken aus einer weißen Kleidung nicht rausbekommen mit diesem, sondern geklappt hat es mit Backpulver. Dann die Power-Maske, um Gottes Willen, die kann ich nicht nehmen. Ich habe sie ja jetzt zweimal probiert und ich hatte das Gefühl, meine Haut schält sich. Das ist bei mir so ein negativer Effekt. Also meine Haut hat sich gepellt, wirklich überall an den empfindlichsten Stellen und das möchte ich einfach nicht mehr. Ihr habt da auch eine Altersempfehlung, ab wann man die Maske benutzen sollte, von 30 bis 50 ungefähr. Valea Med Ultra Sensitive Tagescreme. Die wurde komplett entleert, das heißt, die war gut. Dann ist die aber von Giselle, also meiner mittleren, 15 Jahre, damit ihr so ein bisschen den Anhaltspunkt des Alters habt. Die scheint so gut gewesen zu sein, dass sie die sogar aufgeschnitten hat. Ja, Flop-Produkte hatte ich in einem Schminkvideo gesagt, obwohl ich mir gewünscht hätte, dass sie so schön auf den Lippen mit diesem Ombre Look aussehen. In lila-pink sind die von Benefit, die Lipsticks, beim Auftrag tun sie das nicht, was einem hier versprochen wird. Und für 26 Euro Tschüssikowski. Das ist zum Beispiel so eine Farbe, die ich sehr gerne getragen habe, ist aber jetzt umgekippt. Auch eines meiner Lieblingsliquids, Super Stay 24 Stunden von Maybelline New York. Der kommt weg, den kann ich leider nicht mehr nehmen. Super schön fand ich auch. Airwig fühle ich wohl, Apfel, Zimt. Das war hier so ein riesen Klopper. Den Rest kriegt man nicht mehr, also hier klebt noch ein Teelicht, was ich reingestellt hatte. Den Rest kriegt man leider nicht weg, aber es ist fast alles weggebrannt. Also es wirkt jetzt noch ziemlich viel. Ich werde das auch reinigen, dass ich das Glas weiter benutzen kann. Ich finde das nämlich schön, eventuell für irgendwelche Schminksachen mal wieder oder so. Dann entleert Odol mit 3 White Sensitive. Quatsch, White & Shine. Würden wir immer wieder nachkaufen. Ebenfalls noch von Benefit ein Ombre Lippenstift, der für mich zu den Flops gehört. Dann hier für den Diffusor. Wirklich fast restlos alles rausgekommen, was verdampft. Oh, jetzt geht es glaube ich los. Der Staub in der Kiste. Ein Flop-Produkt von Alverde, der setzt sich absolut eklig ab auf meine Haut. Ich habe nicht eine große Tiefen- oder eine Falten-Tiefe habe ich nicht extrem oder enorm. Aber das ist ein Alverde-Produkt, ein Concealer, den ich furchtbar finde. Der sieht so was von, wie sagt man, cakey, wenn das so bröckelt. Also wirklich, man hat dann Mosaik-Falten so ungefähr. Manchmal Umwelt-Top. Aber dass man davon so schwärmt, also das habe ich nicht verstanden. Vielleicht ist meine Nase echt schon so verwöhnt. Also ich gebe es ja zu. Weichspüler hat auch getan, was es sollte. Ich wollte es mal ausprobieren. Aber es ist nicht der Renner. Also es ist für meine Nase nicht der Renner. Ich bin verwöhnt, gebe ich zu. Pflegekick finde ich ganz angenehm. Mache ich auch nicht oft. Ein, zweimal die Woche, wenn ich wirklich sehe, morgens, oh Gott, du kriegst so Panda-Augen oder angeschwollene Augenringe, dann hilft das wirklich. Selbst wenn es nur Einbildung ist. Hauptsache die verschwinden. Aber ich vertrage das sehr, sehr gut. So, dann Strawberry Booster. Finde ich auch teurer in der My Little Box, glaube ich, drin. Ist natürlich noch in Verwendung. Aber ich kann ganz klar sagen, das ist ein richtig schöner Auftrag. Die Haut ist auch richtig schön samtig. Übertreibe ich aber auch nicht. So, ein Flop für mich ist jetzt endgültig Nivea Glow Beauty BB Cream 5 in einem Tagespflege. Passt sich dem Hautton an. Mit Magnolien-Extrakt. Also ich fand den Ton erstmal absolut dunkel. Und ich finde das Gesamtbild nach ein paar Stunden ganz, ganz grottig. Auf meinem Gesicht. Oder es gibt bestimmt da draußen welche, wo es wirklich klappt. Huch dann auch wieder entleert unsere Tuben, von denen wir, glaube ich, nur ein Jahr leben können. Oral B. Nicht denken, dass wir die beim Zahnarzt klauen, sondern die haben wir freundlicherweise zugeschickt bekommen. Und deswegen haben wir jetzt sehr, 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 sehr viele Proben. Mann, ich schäme mich schon selber für meine Aussprache. Ich wollte es einfach schnell halten, dass es vielleicht ein Video wird, aber ich sehe, ich muss es teilen. Oder habe es dann schon geteilt. Das wird hier der Teil 2 gewesen sein. Und die Masken, lasst mich mal kurz überlegen. Doch, von Sante. Die waren gut, aber der Duft... Ich bin auf diesen Duft gar nicht klargekommen. Es gibt Düfte, auf die kommen manche Menschen nicht klar. Und da war so ein Bitterstoff. Ich kann es euch nicht erklären. Ich habe sie wirklich super gut vertragen und würde sie wahrscheinlich auch wieder kaufen. Aber der Duft, also wenn es so hoch kroch in die Nase, das war wie so ein starker Kräutertee mit so... Ja, wie so ein Kräuterlikör, der ständig irgendwie in die Nase gezogen ist mit so einem Bitterstoff, den man wirklich auf der Zunge gemerkt hat. Also ich rieche ja nicht mit der Zunge, aber es gibt so Stoffe, die schmeckt man durch die Dämpfe. Und es war mir... Also angenehm war es nicht. Ich stelle das mal zwischen Top und Flop. Weil meine Haut war ja danach wirklich auch absolut okay. Das ist das Letzte. Hier noch einmal so ein Glade, von dem ich ja wirklich bis jetzt schwärme, weil die mit einem Pumpstoß dem Schwefel Ade sagen. Und deswegen würde ich das zu den Top-Produkten zählen, die Glade Toiletten Mini Spray Flaschen, die man in den Halter immer wieder reinsetzen kann. So, ich muss mal zusehen, dass ich das wegbekomme, denn jetzt geht es noch los mit Hashtag Ich bin dabei, wer Interesse hat. Das habe ich nämlich im Februar vergessen, habe ich ja gesagt. Ich sammle ja immer in meiner kleinen Spur hier so Sachen an, die ich wirklich nicht gebrauchen kann. Und wo ich sage, das ist vertretbar, dass ich das rausschicke, weil ich es noch nicht angebrochen habe. Es wäre einmal ein ganz neues Balea Parfum Deodorant Golden Moon. Man sagt, es riecht so leicht nach Alien von Thierry Mugler. Ja, es ist ein sehr, sehr süßes Parfum. Aber wir haben uns jetzt satt gerochen. Ich hatte, glaube ich, davon vier oder fünf Sprays gekauft. Wir haben sie gerne genommen, keine Frage. Aber es ist jetzt einfach satt. Ich muss auch mal mit meinen anderen fertig werden. Deswegen würde das rausgehen. Dann würde ich hier diesen Augenbrauen, ich habe sie noch nie benutzt. Ich wollte mal ein Video machen, empfand das aber wirklich für Quatsch. Ich habe das bei TK Maxx gekauft. Man kann, wenn ihr Probleme habt mit den Augenbrauen, eventuell, vielleicht könnt ihr das gebrauchen, eure Augenbrauenform abmessen, den Abstand, wie auch immer. Ich habe dafür keine Geduld und bin eigentlich jetzt gerade so auf dem besten Wege, meine eigenen hinzubekommen. Das würde ich also auch mit reinpacken. Dann würde ich eine Palette von Rivalde Young Eyeshadow. Das ist die 01 Disco Fever. Ihr habt hier auch einen Spiegel drin, also wirklich für unterwegs sehr schön. Die ist unangebrochen. Die hatte ich mitgenommen, weil sie im Sonderangebot waren. Ihr seht hier, das ist auch noch alles verschweißt. Die würde dann mit raufgehen und einmal Handcreme, eine unbenutzte von Essence. Die sieht so aus. Und eine Palette ebenfalls aus dem Sortiment, die rausgegangen sind, die Rainbow Shimmer Palette. Das spricht mich jetzt nicht so an. Wie gesagt, die waren reduziert. Ich habe sie mitgenommen. Ich glaube, meine andere hat Jolien, also meine große Tochter und die ist auch noch verschweißt. Ja, der Rest kommt im nächsten Monat, der hier noch drin ist. Aber diese fünf Sachen würde ich dann raus senden an denjenigen, der mir wieder unten runter schreibt, Hashtag, ich bin dabei. Wer es haben will, kann es gerne haben. Und das war es von mir. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage an dieser Stelle erst mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, jetzt waren drei Videos in dieser Woche draußen und eventuell auf Karat gefragt. Da sapple ich ja von meinem Leben immer ein bisschen. Ich denke, ich gehe auch da mehr in die Materie, privater zu werden. Die Holz werden vermisst. Footholz passen jetzt hier nicht mehr hin. Ich muss es irgendwie verbinden mit einem Thema, dass ich da dann Foothol mal machen kann. Karat gefragt, weiß ich nicht. Wer mich fragt, mein Foothol schmeckt mir, könnte ich passend zu meinem Kanal dann wahrscheinlich so ein Video generieren. Dann wird das auch mal passieren, dass ich dort wieder ein Foothol hochlade, weil die vermisst werden, wie gesagt. Und ansonsten, wer Einschlafhilfen braucht, der kann mich auch gerne anschalten. Da laufen öfter mal Videos über 50 Minuten. Und ja, ansonsten Karat Nails noch. Das Ding lebt auch noch. Werde auch sicherlich bald wieder ein Video hochladen. Und ja, das war's. Macht's gut. Ciao, ciao. Ich halte den Mund. Bye bye, bis bald.